So, der gute Clip Collector hat ein neues Video gemacht, das heißt, war geil und das ist das Video von der DM. Ich war ja bei der DM dabei, viele von euch waren bei der DM dabei und ich hoffe, das Video wird geil und deshalb gucken wir uns das einmal an, springen wir rein, let's go. Das geht 7 Minuten und 3 Sekunden, ich habe ein bisschen mehr erwartet, Kevin. Nee, aber ich hoffe, das wird geil. Spiele auf der DM, let's go. Ah, ich habe Bock. Alles auf dem Livestream. Moin. Ich finde, dass sich alle freuen, dass sie im Livestream sind, das war nice. So, Goku, let's go. Oh, guck mal da, Digga. Damn, boah, he's dead. Ja, ich wusste, dass das kommt, das war so klar mit dem Rescue Rig. Ja, auf jeden Fall, Bestermann, Bestermann. Willkommen zu diesem Video. Hallo, mein Name ist Metamin und ich kaufe jetzt was zu trinken, ich bin voll aufgeregt. Mach Meta, mach Meta, mach Meta. Hier sehen Sie Metamin, den erfolgreichen Yugi-Tuber. Das stimmt nicht, wir sind doch auf der Straße. So, meine Damen und Herren, das ist der Ort, an dem Metamin schlafen wird und... Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Wer wenig Geld hat, den treffen Inflation und steigende Preise am härtesten. Okay, die Gangster, erfolgreich eingecheckt ins Hotel. Bestermann. Bromibonus abgegriffen. Bromibonus. Bromibonus, wie ein Upgrade kostenlos dazubekommen. Und es wirkt hier gerade so, wie als hätte es gerade richtig geschafft, die letzten 10 Jahre richtig geackert und macht jetzt einfach Urlaub auf Mallorca oder so'n Scheiß. Ja, das ist gleich Bromibonus, der Bestermann. Wir kommen zu einer weiteren Folge mit Shopping mit Nevska. Ja, also ich war ja einkaufen, ich hab ja das ganz, ganz Tolles besorgt für euch, die Lieben da draußen. Gehen wir mal mit meinem Einkauf durch. Wir haben hier ein richtig Energiegetränk mit Koffein. Yay! Margot Streisand. Und? Ich bin voll Heidegger. Ich habe hier immer einen gefunden, Obdachlose. Ich habe mich nach Pfand gefragt. So, jetzt ist es mal los. So am Abend davor, Bierchen und Shot. So ist es. Optimale Eventvorbereitung. Wer hat das definitiv? Anders oder nix. Zur nächsten Prominenz. Richtig Bootleg-Yummy-Chris. Desperado. Was? So, es geht rein, die Halle öffnet pünktlich. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja, es geht mal. Eben, bist du auch gespannt? Ich bin sehr gespannt. Du bist ja vorbereitet auf heute. Das Geile ist, dass halt einfach diese Clips, die gemacht wurden, einfach so aus Kontext mit ein bisschen Musik unterlegt, einfach so, so funny sein können, weil die einfach so richtig random manchmal sind. Und selber? Ne, ich gehe absolut mit Bullshit rein. Wie immer. Wie immer. Geht und gewendet haben. Es war einfach immer scheiße. Sorry dafür. Wenn dieser Mann einmal loslegt mit Scareclaw, dann ist es perfekt. Nichts kann dich aufhalten. Nur Gott selbst kann dich stoppen. Und sogar der hat Probleme dabei. Ich habe den gefunden. Der braucht nur umarmen. Die Legende Ehren tätigen. Scareclaw got himself. Oh mein Gott. Ich bin ihr aus einem Grund. Er braucht Liebe. Ganz viel Liebe. Aber bin ich verdient. Nein. Hast du nicht verdient. Das hast du nicht verdient. Ich glaube, Ereva konnte sich selbst am meisten enttäuschen, weil er ist halt, glaube ich, gedroppt mit einem Vierer-Record oder so. Der Arme, ey. Teile deine Geschichte, Jungs. Dargula Evenly, Lockbird Main, Triple Shifter, Triple Ash Starter. Weißt du nicht, wie ich muss euch anfangen. Wie schließt du? Ich kann es nicht aussprechen. Es geht, glaube ich, noch das beste Deck. Ich hätte UL spielen sollen. Gebrochener Mann, ey. And we do have. Cool, nichts. Aber nimm's gar. Warum gehst du mit Pult so schlecht um? Das kann man weitergeben. Ne, ist für mich Müll. Wieder abgeholt. Was? Neues Clip Collector Video? Das ist wirklich wichtiger Content. Ah, war reiner. Das ist super geworden. Also ihr müsst das wirklich supporten. Ganz, ganz wichtiger Content. Lasst ein Abo da. Liked das. Weil, wie gesagt, der schneidet den Scheißdreck am Handy. Lasst ein Abo da. Lasst mal ein Abo da beim guten Clip Collector. Auf jeden Fall. Ich werde es wahrscheinlich einen Titel schreiben. Klickt drauf. Abo da lassen. Aber hat, Kevin, hast du nicht mittlerweile im PC zum Beschein? Ja, das ist ein kleiner Funfact, dass du es nicht mal am Handy machst. Für mehr Content. Kuss. Das Video ist funktioniert. Ich werde einfach gemobbt hier, weißt du. Da bin ich einmal netzer. Komm, komm, mit. Da bin ich gemobbt. Der Promi nimmt mich in sein Video. Das hier ist Jackie D. Hi. Jackie D, hast du DM? Ja, hi. Und, warte, was ist das aus? Was sagst du dann zu der ersten DM-Use von Day One? Ja, hi. Ja, das war's von ihm. Ja, Daniel war auch richtig gut, ey. Das war auch. Das Witzige ist, ich gehe mal zu ihm hin und sage so, ey komm, lass mal kurz ein bisschen Warte aufnehmen, ein bisschen quatschen. Ich habe mich auch das erste Mal jetzt so in echt gesehen. Und dann bin ich einfach gemobbt, Mann. Weil wir haben kurz weiter diskutiert, ne, hier, sprich Mikro, flausche Ding und sind scheiße, ne. Und er so, ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ja, danke. Danke, danke. So, Leute. Ich wurde gerade gefragt. Die Millennium. Letzt du drauf. Wahrscheinlich scheiße. Ich hoffe, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich bin ready. Fragen. Wir werden eine Minute spielen und du wirst so viele Fragen wie möglich beantworten. Nenne fünf Pendelmonster. Ne, machen wir jetzt nicht. Wie viele deutsche Spiele haben die Europameisterschaften gewonnen? Zwei. Es wären drei. Nenne drei Städte, in denen die deutsche Meisterschaften schon mal stattgefunden haben. Wofür. Dortmund. Berlin. Köln. Ich glaube nicht. Welches Deck hat die deutsche Meisterschaft 2022 gewonnen? Zweit. Nein, nein, Punk. Ne, war Therian Punk. Ach man. Okay, das war schon mal fantastisch. Drei Fragen gebe ich dir noch und wenn du eine davon schaffst. Hat die Mann eigentlich irgendeine Frage richtig beantwortet? Ich habe sie ja nicht gesehen, weil er war ja im Stream. Aber ich glaube, er hat einfach alles verkackt, oder? Kriegst du einen Wild Survivors Booster? Nenne ein Synchromonster, das auch ein Tuner ist. Nenne ein was? Korallendrache, mein Freund, Korallendrache. Ich glaube, Leonard bereut es gerade so ein bisschen, Leonard. Ein Synchromonster, das gleichzeitig ein Tuner ist. Ein Synchromonster. Ein Synchromonster, das ein Empfänger ist. Ein Synchromonster, der gleich... Synchro. Synchro. Äh... Also, was ist ein Synchromonster? Was ist denn ein Synchromonster? Jumann, was hast du denn getan? Hör doch zu. Äh, Suchmonster. Ich meine... Ein Synchromonster, der eigentliche Synchro. Ja! Er hat eine Frage richtig beantwortet. Ich war einfach schlecht. Komm, das war okay. Nein, das war... Das war richtig fest. Was geht? Was wolltest du sagen? Ey, nervt mich die ganze Zeit. Er hat wie Millenium. Kannst du mir eine Frage beantworten? Das ist sehr wichtig. Erzähl. Ich muss nachdenken. Was wolltest du... Was wolltest du... Ich mag den Jungen nicht. Wie schläfst du? Erzähl mal. Du hast Glück gehabt, dass es ein YouTube-Video ist. Ja, mach mal Cut hier. Ja, mach mal Cut. Dieser Mann ist kleiner als ihr denkt. Okay, und dann haben wir einen herzlichen Dank. Und dann haben wir jetzt einen neuen Spiel. Okay. Wie viele Hauptsätze gibt es aktuell insgesamt? Och, das war so gut. Ja, ich bin dumm. Kommst du denn auf 160? Konami ist sehr der Großzimmer. Wie viele Hauptsätze sind aktuell raus pro Jahr? Vier. Vier. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Okay. Ja, war geil. 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 Ich möchte übrigens erwähnen, weil sie alle standen da in so einem Kreis und haben sich über das Event so ein bisschen so... Event und so... Ey Leute, aber es war doch ein geiles Event. Und das ist dabei rausgekommen. Das ist dabei rausgekommen, dass sie sich darüber lustig gemacht haben, wie geil das alles war. Ach Kinder ey. Aber... Aber war geil. Lorzmund war geil. 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 Ne. War geil. War geil. Ja. Abschließende Worte zum Vlog. Wie war's? Danke. Danke. War geil. War geil. War geil. War geil. War geil. War geil. Ich hab wie immer sehr herzlich gelacht. Äh guter Clip Collector Kevin. Mach weiter. Sind geile Videos. Link im Titel oder irgendwo anders. Supportet Jung, geiler Content. Haut rein, ciao.